Rüdiger, hier, komm rein, schau mal, was ich gefunden habe. Das ist sehr, sehr schön, bitte. Du, das war der letzte. Wo hast du gefunden, das? Und? Ja. Und dann wo? Bei Reckmusik? Ja, genau. Oh, so schön mit Kugeln auch. Die habe ich noch gefunden. Rüdiger, nein, so schön. Die habe ich aber von zu Hause mitgebracht. Wirklich? Von deiner Mama auch zu Hause? Nein, die habe ich extra für dich. So schön. Also die eine, die ist von meiner Oma, die ist eine ganz alte und die habe ich nachmachen lassen. Die will ich dir beide gerne schenken. zu meiner. Nein. So, die gleiche Musik mache ich. Ich habe noch Spitze für Baum. Das ist schön. Bäumchen haben hier so schön nach oben. Du, ich muss auch ein bisschen was machen jetzt, ne? Ja. Rüdiger, ich freue mich sehr, dass du hast mir gebracht. Schönen Baum und Onkel von Oma. Tide. Ja. Danke. Bis später. Bis später. Ich bin nebenan. Ja. So. Nein. Nein. Ich bin nebenan.